Preisdruck, Überproduktion, Subventionskürzungen, die deutsche Solarbranche steckt in der Krise. Jetzt gehen die Hersteller juristisch gegen die Konkurrenz aus China vor. Ein Bündnis reichte Klage bei der EU-Kommission ein. Der Vorwurf, die chinesischen Firmen verkauften unterhalb ihrer Herstellungskosten. Die chinesischen Branchengrößen drohen nun mit einem Handelskrieg. Hoffnungsvoll und energiegeladen startete die Solarwirtschaft als eine der großen Wachstumsbranchen des Energiemarktes. Viele Unternehmen setzten auf die Sonnenkraft, besonders im Osten Deutschlands. Dort sprach man in Sachsen-Anhalt schon vom Solar Valley. Doch in den vergangenen Jahren zog die Konkurrenz aus China ordentlich nach, machte die billigsten Angebote. Und dann kürzte der deutsche Staat im April auch noch die Solarförderung. Mehrere deutsche Hersteller meldeten Insolvenz an. Jetzt wehren sich Unternehmen wie Solar World mit einer Klage. Hier geht es darum, den Markt, den weltweiten Markt an Solaranlagen zu dominieren und alle westlichen Hersteller vom Markt zu drängen. Das kann man sich einfach nicht gefallen lassen. Dafür gibt es ein geltendes Handelsrecht. Das wenden wir an. Die klagenden Unternehmen erhoffen sich, dass China Strafzölle zahlen muss. Damit würden die Waren aus China teurer. Chinesische Solarfirmen warnen vor der Einführung von Strafzöllen. Ein freier Handel sei wichtig für Wettbewerbsfähigkeit und für das Erreichen von Klimaschutzzielen. Experten glauben, dass Strafzölle der Industrie nicht wirklich helfen können. Die Anti-Dumping-Zölle müssten sehr hoch sein, um diese Kostendifferenz und Preisdifferenz, die wir momentan beobachten können, wirklich auszugleichen. Ich gehe davon aus, dass die Kostendifferenz, die wir grundlegend haben in Deutschland, in Europa zu China, kaum dazu führen wird, dass wir große Marktanteilsrückgewinne erleben werden. Ob die EU-Kommission die Klage annimmt, will sie bis Mitte September entscheiden.